Also ich bin der Alex, ich hoffe bald Billal, Inshallah. Also deswegen bin ich auch hier. Ich hoffe, dass der Bruder Abu Hamza mir auch das Glaubensbekenntnis irgendwann abnimmt. Deswegen bin ich hier, um ihn zu fragen. Was hast du Glaubensbekenntnis? Ich bin noch gar nicht konvertiert, richtig. Achso, noch gar nicht. Das ändern wir jetzt, Inshallah. 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 Korrekt. Allah! Allah Akbar! Das ändern wir jetzt. Inshallah. Hört sich schon die Glaubensbekenntnis auf Arabisch aussprechen. Ja, bestimmt. Ich weiß nicht genau, was das ist. Ansonsten hat er dann einen Kugelschreiber. Inshallah. Richtig, klar. Herr Ibrahim Abu Nagi ist hier vorbereitet. Der Mann für alle Fälle hier. Okay. Dann machen wir das jetzt ganz kurz und schmerzlos. In dem Moment, weil du kannst ja jetzt noch hier sterben. Wir wollen ja nicht, dass du jetzt noch hier sterbst. Der, 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 der hier sterbt. Sterbst. Weil wenn der Islam annimmt, Alhamdulillah, werden alle vergeben. Die Großen, die Kleinen, die Schwachsten, die Weißen. Ja, wie einer sagen würde. Allah Akbar! Manche denken ja schwarz und weiß, ja. Alhamdulillah. Und auf dem Weg zum Paradies. Da freuen wir uns sehr. Bruder, dann sag einfach mal, die Schehera, hier. Esheru en la ilaha illallah wa esheru en naa muhammadun rasullu allah. Und dann noch, und ich bezeuge? Und ich bezeuge, dass kein Gott außer Allah gibt. Und ich bezeuge, dass Mohammed sein Gesandter ist. Und ich bezeuge, dass Jesus? Und ich bezeuge, dass Jesus? Allahs Diener und Gesandter ist. Allahs Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah! Alhamdulillah! Buah! 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 Ich bezeuge, ich bezeuge.